So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Life is Strange. Episode 3. Are you shitting me? Ups. Warte, girl. Are you shitting me? Warte. Girl. Are you shitting me? I'm trying super hard. Hm. Ah. So, was muss ich denn hier machen eigentlich? Ach, stimmt, wir mussten in den Wohnwagen rein, ne? Oh, ja, I see. Okay. Eh, eh, parkplatz. Safety, doggy. I think we just made that dog our bitch. Haha, so sign this. Now I can snoop in peace, but let's not waste time. The doggy is busy now, but he might come back. That's why we just need to go in and go home. Shit. Damn. I thought my room was a shithole. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. I know, just daydreaming. So, dann lass mich doch bitte mal rumschnückeln. So, was haben wir denn hier? Ich finde es schön, wie sie sich selber unterbricht, heil. Okay. Love it all. Hm. 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 Baseballschläger. Mhm. Was gibt's denn hier oben? No prize here. Ich denke, ich habe ein bisschen Cornflakes oder so. Of course Frank gets the munchies. Frank must spend all his drug money on baggies. Recycle, dude. Nice rig. Glad Frank treats something here with respect. How can somebody live like this? Ja, so ein bisschen Ordnung muss sein. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht die Sauberse. Aber ein bisschen muss sein. Web Business. Leitfahren zum Handeln. Wer für Noobs? Für Noobs? So. Ich kann jetzt nicht einfach das Messer nehmen. Das stimmt. Okay, das ist los. I need something to pry it open. Ooh, Franks stash. Hm. Der hat aber auch kaum Zeug hier drin, also nicht, wo Mama irgendwie... Kann ich nicht einfach das Messer nehmen? Wollte ich gerade sagen, kann ich nicht einfach das Messer nehmen? Was steht denn hier? Frank B, hoffe du liest es morgen als erstes. Tut mir leid wegen letzter Nacht. Ich war ein fieses Biest und habe es an dir ausgelassen. Und am armen Pompadour. In meinem Leben passiert eine Menge merkwürdiger Scheiße. Manchmal habe ich den Eindruck, ich komme nie aus der Curly Bay raus. Ich danke Gott für dich. Du wirst eines der besten Dinge, die ich hier habe, unter Gedanken und zusammen bringt mich zum Lächeln. Lass uns einfach Richtung Häuser entfernen. Liebe dich auf ewig, R.A. Oh. Sie hat wohl definitiv was mit dem... Frank, was du getan hast, war unkür und schiebst nicht auf die Drogen. Du hast mir wirklich Angst gemacht und ich dachte, du kommst nie wieder runter. So habe ich dich noch nie gesehen und das nächste Mal wird das letzte Mal gewesen sein. Ich bin Löwe und wir sehen nichts zurück. Mir liegt etwas an dir. Uns. Also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen. Okay. Aber 2013. Ich weiß sie. Was ist denn mit der anderen, dem anderen Ding hier? Ja. 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 Das ist ein Kuhmai... Oh, das ist sehr Kuhmai. Schau mich die ganze Zeit, was der dort isst, ja. Ja, good luck finding those keys. Ich glaube nicht, dass du die findest, Boy. Chloe, du kannst nicht immer mich und alle, für alles falsch in deinem Leben. Es ist so nicht fair. Ich muss jemanden, oder es ist alles meine Schuld. F*** das. Es ist einfach Leben. Es passiert, es ist niemanden's Schuld. Blah, 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 als Mr. Jefferson würde sagen. Und Kate Marsh. Ja, Kate Marsh almost killed herself. So sad, okay? Das macht mich nicht mehr so gut über meine F***-up-Live. Get it? So who do you most want to blame? My f***ing dad, of course. Hello? You blame William? Really? Yes, I do. Damn right. He chose to go out that door and leave me forever. Chloe. Your dad didn't choose to leave you. I know that, Max. My mom actually blames herself. Just because she wanted to ride home from work. Sometimes, even I blame her. No, you don't. Yes, Max, I do. Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No. Of course not. But I was with you that day. It was just a terrible accident. I wish that made me feel better. But ever since he died, my life has been dipped in shit. You don't want to hear this, but you're still here. Alive. With me. And that is no accident. You're right. I don't want to hear this. Chloe, I can't do this out on my own. I need you with me. And Rachel needs you. Ah, girl. Gegen der tote Tauben rum? Oh, my God. What is happening now? I can't even see. Hey, 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 Zeitreisen. Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Uh... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. Now, what is this? But not the cook? William is here. And Chloe is just a kid. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crates. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. How? Oh, yeah. Do you remember how many eggs? Mom said, I know I've seen those pictures before. Oh, man. It depends. That's true. So, how many? Man, I remember Chloe reading this. But not after today. Redneck chick? Don't you dare question the chef? Right. Like you're the real cooking. What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. I'll let her know that. Chloe was so into manga. Nice hair. That's a cool snow dough. Stimmt, du zeichnest das und dann... ...is es halt da. Hey, honey. Just making a fabulous... I know they never took that big vacation. Let's breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the two whales. Oh, yeah. I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Nein, das ist das. Das ist das. Die Lighthouse. Sie haben viele Bälle für uns zu feiern. Sie sind nicht so lustig. Sie sind so richtig. Ich habe keine Ahnung wo sie sind. Wo sind sie? So. Score! Yes. Viel Glück, mein Liebkopf, wir sind so stark auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang Waffeln in deinem eigenen Haus, deine dich liebende Ehegöttin. Du bist jetzt keine Beförderung, ich würde das niemals! Niemals! Was ist denn los in der Cookie Jar? Oh nein. So... Achso, die waren hier drunter, ne? Ich hab sie schon. Ich hab sie schon. Hier hatte ich sie schon versteckt, ne? Okay, jetzt hab ich sie nochmal... Oh, ich wusste nicht, dass du sie brauchst. Natürlich, ich komme dich auf. Jetzt habe ich eine Chance für eine Mocha. Ich werde da bald. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Ich muss die Yandere Queen in der Save-Mart retten. Sie hat nicht so viele Schrauben von lieblichem Grub für uns zu feiern auf. Du bist wunderschön. Shit, woher meine Geys? Das ist... Das ist ein Dollar für die Swear-Jar. Das bedeutet, dass du college fund? Geys, bitte. Vielleicht, wenn man es in den Kühlschrank tut. Der Ochse den Schnullibumms hier, ne? Shit, woher die Geys? Nichts. Nichts. Noch ein Dollar für die Swear-Jar. Du hast mich verabschiedet. Ich wusste, das... Und keine Klappe... Ja, ja. Aber... Wo kriegst du das Ding denn her? Ja. Ja, das wäre in seiner Hosentasche, ne? Ja, das wäre in seiner Hosentasche, ne? Ja... Dann musst du dich mal auf. Und dann musst du dich mal auf. Und du bist. Du bist nicht dabei. Du bist nicht dabei. Du bist nicht dabei. Max, du bist so fucking strange. Ja, mal gucken, wie viel du jetzt wieder verändert hast, girl. Ja. 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 Gut. Die sind tief. Nicht gut. Die Augen sind kalt, ey. Die Augen sind kalt, ey. Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Wish he would. Ay, karma. Ja, das war Episode 3, Chaos Theory. Jesus Christ. Hey Karamban, da müssen wir mal gucken. Ich nehme mal an, wir spielen jetzt wirklich diese Realität, wo Chloe halt wirklich im Rollstuhl sitzt. Und dann entscheiden wir uns, ob wir das wollen oder nicht. Eieieiei.